free irgendwas okay das ist einfach sicher 3keeper dann kann ich nämlich hier komplett einer nach dem anderen machen gut habe ich hier ein bisschen zeit der welt hat irgendjemand juwele außer der da oben der hat juwele das ist unfair der hat juwele ich habe keine juwele okay das heißt ich muss mich beeilen um So, dann hier. Ne, hier kann ich nicht. Das ist nämlich Gold. Dann machen wir hier weg. Sondern gehen... hier hin. Dann hier hin, hier hin, hier hin. So, und... das da. So, das wird mein Dungeon sein. Schatzkammer mache ich... hier hin. Der hat schon 10 Kreaturen. Versteck kommt hier hin. Grüne Farm kommt hier hin. Wirft erstmal euer Gold da ab. Danke. Bibliothek mache ich hier hin. Und wieder das Spiel mit Fee, wenn möglich. Bingo. Mitkommen. Mitkommen. Wo willst du hin? Zauberer lasse ich noch. Nein, Zauberer mache ich weg. Trennungsraum kommt hier hin. So. Wow. Da kann ich jetzt über Köderraum setzen. Interessant. Der gelbe ist verschwächt, stimmt. Na. Ich will es nur nicht riskieren. Nein, du tust nicht trainieren. Ah, ich hätte den Zauberer doch nicht mehr sollte. Die dritte fehl. Eins, zwei, drei, vier, fünf Räume habe ich jetzt noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf Oh. Deep. So. So. Und dahin, dahin, dahin. So. 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 Ihr Minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. Your Minions are winning a battle. Your Minions are winning a battle. So? Hm? Das kann ich nicht... Vielleicht zur Handwerkskammer machen? Your creatures are attacking the enemy. Your Minions are winning a battle. Haaaaaaah! Your creatures are under attack. Your Minions are winning a battle. Your Minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. A new room has been searched. Your Minions are winning a battle. Ist ja jetzt nur um hier... Your creatures are under attack. Your Minions are winning a battle. Damit ich hier an die Juwelen komme. Your creatures are attacking the enemy. Your Minions are winning a battle. Und noch eine Riese. Genau. Your Minions are winning a battle. Are you? A new spirit has been searched. Your creatures are attacking the enemy. You have to have to be attacked. Your Minions are winning a battle. Your Minions are winning a battle. And the enemies? so der ist schon mal besiegt das ist gut das heißt ich habe jetzt hier eventuell schöner dungeon den ich für mich benutzen kann je nachdem wie er aufgebaut ist weil das gezackte das ist irgendwie schon komisch dahin 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 das da wird auf jeden Fall die Schatzkammer 3 6 9 12 15 18 das heißt ich brauche noch zehn stück so 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 das ist auch nicht jetzt da einfach mal die abwerfen kann doch bleiben wir mal bei dem da kann ich es machen und hier so So, also. Dann machen wir hier ein Wachpausch da hin, hier die Baracke, hier das Gefängnis, der Zauberer und der Babar kommen mal weg. Hier kommt eine schöne Handwerkskammer hin. Die Folderkammer kommt hier hinten hin. Und ich habe den falschen Zwerg. So, jetzt habe ich hier noch drei Plätze frei, das heißt 1, 2, 3, kühlter Raum kommt hier hoch, das ist gut. Ja. Machen wir da das ganze Gold weg. Und da habe ich einen Samurai. Ist vielleicht einseitig, dass ich einen fast nur Samurai nehme, aber die sind einfach mit die stärkste. Der hier hin, der hier hin. Riese wieder weg. Achtung hier rein. Der hat hier zweimal Juwele. Oh Gott. Uh, Ritter. Diesmal dürfen die Ritter auch ein bisschen mehr machen. Aber erstmal gehen sie vor. Amageddon und Rückbau. Ui. Amageddon. Das wird interessant. Vor allem je nachdem, wie viel Kreatur ich habe kann. Na, ich mache jetzt wirklich mal eine andere Idee. Samurai und Knights. Keine Fehl. Also wirklich nichts anderes außer Samurai und Ritter. Ich kann halt nichts dafür, dass es die stärkste Kreaturen sind. Hm? Hm? So. Ein Schlückchen Wasser. das kann ich gleich ein bisschen speed up da muss aber schon hin ok diese level 2 das passt nein ich nehme diesmal nur zwei verschiedene gerettore so wirkt vielleicht bisschen so du kommst mit du kommst mit wo sind die anderen da halt ich habe einen 3er erwischt 2 1 4 2 4 6 2 4 sind 10 ja passt somit sind alle im trainingsraum alle imps 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 5 8 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 das ist gut dann möchte ich alle zusammen in den Trainingsraum werfen oh, da ist die Imps die habe ich jetzt schon ganz vergessen so, habe ich jetzt alle Imps draußen na, einer noch so jetzt warten die Kreature kann ich haben 17 18 19 das war klar 20 Kreature, ok sehr schön noch in Samurai Machen wir da noch eine zweite Machen wir mal den Friedhof da runter Aja 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 kommt schon rettet mich rettet mich rettet mich das ist ok ok jetzt ich habe das gar nicht mehr realisiert dass Gold fehlt ich habe das ich habe das Tempel ich mache das ich mache das hier zurück ich habe das alles ist das ihre nicht mehr die auf Das ist jetzt entweder Armageddon, ne Armageddon habe ich. Komm schon, drei Retter noch. Ah, Pricheren hatte ich auch, nein, wir können. Die haben ja auch Glitz. Und die sind ein bisschen stärker, die halten auch mehr aus als die, ähm, Feier. Da war ein Samurai, eine Brieftorin. Bleib mal bei einer Brieftorin. Komm schon. Nein. 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 Ach doch, Ritter, okay, das geht auch. Dann habe ich jetzt nämlich... So. Eine Brieftorin. Okay, Rückbau habe ich auch schon, perfekt. Der Grüne war noch nicht bei mir. Das ist interessant. Notfalls habe ich hier noch, ähm, Schatzkommen zu bauen. So. 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 Dann habe ich mal, ähm, das Gold dürfte reichen. Dann sollt ihr die erst mal verstärken. Schauen wir mal, was hat der für Pläaturen. So. Woh. Okay. Wie sieht es aus mit meiner Samurai? Okay. Woh. 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 ja jetzt hat er alles wie einer ist faul kann nicht sein dass die hand wächst kann man zu klein ist geht nur in die länge der ist noch langsam ok Einmal eine Größe auf der Hand. 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 Eine Schmerzen. Ein模ui easy. Einmal eine Größen. Ein Stumpf wird gespe Implement. Dein Arbeitsstück ist nicht ¡Pin Tôi nicht Fl heavier! Einmal eine Größe auf der Hand. Ich bin der Sohn, mein Kramatis. Deine Verletzungen enttäuschen dich. Deine Minions gewinnen eine Behandlung. Du hast einen Behandlung gebetet. Deine Minions gewinnen eine Behandlung. So. Der war dann einfach schnell vernichtet. Ging schneller als erwartet. Kommt, Zauberer, geh auch weg. Danke. Jetzt machen wir hier zu. Hier auf. Und hier weg. Ja, auf. Ich glaube, ich sollte noch ein paar mehr Ems machen. Oder vielleicht noch mehr Samurai? Nee. Wobei die Samurai eigentlich schon weit sinnvoller wäre. So. Das wusste ich jetzt nicht. Was? Halt. Gut. So, der Vampir. Dann haben wir natürlich auch. Das war's. Das war's. um dad stagge im 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 Ich habe einen Samurai verloren. Okay, meine Samurai haben sich gegenseitig besiegt, aber auch das Land ist geschafft.